Jens Hendrik Jensen, Ochsen, Pilgrim. Aus dem Dänischen von Friederike Buchinger und Ricarda Esrich. Gelesen von Dietmar Wunder. Produktion der Audio Verlag. Papa, so klein das Wort auch war, es übertrumpfte doch alles. Es war der Schlüssel, der die Schatten der Hölle vertrieb, weil es die Tür zu Licht und Leben öffnete. Eine Tür, durch die er getreten und dann immer weitergegangen war. Im Universum konnte es keinen größeren Kontrast geben als die Gegenwart im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit, auf der anderen Seite der verschlossenen Tür. Tag versus Nacht, Freiheit versus Gefangenschaft, Plasma und Blut, Bestandteile des so fragilen Lebens versus gehärteter Stahl. Er sah das Schwert vor seinem geistigen Auge aufblitzen und spürte die Anstrengung wie einen Phantomschmerz in seinem rechten Arm, den Hieb der zweischneidigen Klinge schräg nach unten, die lange klaffende Wunde, die es hinterließ, den Schwall von Blut und glänzender Eingeweide, die aus der Bauchhöhle quollen und seinen Gegner in die Knie zwangen wie ein bizarrer, einseitiger und übermäßig schwerer Ballast. Er meinte noch immer, den Schaft des Schwertes zu umklammern, doch seine rechte Hand war fest geballt um nichts. Er öffnete sie und streckte seine schmerzenden Finger. Die sanften Sonnenstrahlen bahnten sich einen Weg durch die Schleierwolken und wärmten sein Gesicht, während sie den Schotterweg entlang gingen. Auf das Wetter im April konnte man sich nie verlassen, aber die letzten Tage waren perfekt gewesen. Überall strotzte es nur so von Leben. »Papa?« Wieder ließ er das Wort schwerelos zwischen ihnen schweben. Nur zwei verschiedene Buchstaben bildeten diese wichtige Konstruktion des Lebens, die Säule, die alles trug. Zwei gleichlautende Silben so selbstverständlich, dass die wenigsten das Wort überhaupt wahrnahmen. Doch er tat es. Zwei P und zwei A, ein doppeltes Duett, das ihn mit einer Stärke erfüllte, durch die er bis zum Ende der Welt würde gehen können, ohne zusammenzubrechen. Er konnte die Pause nicht noch mehr ausdehnen. »Ja, warum heißt der Weg eigentlich herweihend?« »Wurde er für Soldatenheere angelegt?« »Hast du noch nie davon gehört?« »Nein. Sollte ich?« »Ihr habt den Heerweihend in der Schule nicht durchgenommen?« »Nö.« »Merkwürdig. Das verstehe ich nicht. Der Heerweihend ist berühmt. Teile davon sind 4000 Jahre alt. Er verläuft durch ganz Jütland und folgt der Wasserscheide den jütländischen Höhenrücken entlang. Von dort kann... Wasserscheide?« Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ich hoffe, euch hat die Hörbuchvorstellung gefallen. Bitte gebt einen Daumen nach oben, denn das hilft dem Kanal. Falls ihr das Hörbuch schon gehört habt, dann schreibt doch einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.